Hallo und herzlich willkommen zurück zur Approximation mit Fourier-Reihen. Heute starten wir frisch durch mit Kapitel 3. Und zwar geht es um gleichmäßige Konvergenz von Fourier-Reihen. Das heißt, jetzt kommen wir wirklich mal zu dem Punkt, wo wir Richtung Konvergenz gehen, respektive wirklich Approximation, weil das sagt uns ja, wir können gewisse Funktionen mit Fourier-Reihen Approximieren, wenn wir so Konvergenz-Resultate haben. Und wir starten halt direkt mit dem Hauptresultat. Und ich denke mal, das wird uns diese Folge auch gut beschäftigen. Und zwar ist das der Satz von Fourier. Also das Theorem 3.1. Der Satz von Fourier. Der wird erstaunlicherweise dann im Beweis, was mit Fourier-Kernen zu tun haben. Und da wollen wir halt rein. Ähm, genau. Was sagt der aus? Wir nehmen uns irgendeine Funktion f in c2pi. Dann folgt, dass diese Folge Sigma n dieser gemittelten Fourier-Sum gleichmäßig konvergiert gegen f von t. Und zwar gleichmäßig auf r. Das ist simpel formuliert. Schwache Voraussetzung. Schönes Resultat. So. Und um das zu beweisen, werden wir jetzt diese Fourier-Kerne ins Spiel bringen. Und dann diesen theoretischen Satz 2.12, auf den wir letztes Mal hingearbeitet haben. Beziehungsweise den wir letztes Mal bewiesen haben. So. Also was ist das Ziel? Wir wollen irgendwie uns anschauen, die Differenzbetrag f von t minus Sigma n. Und dann zeigen, dass das kleiner gleich ist als irgendwas mal Epsilon. Ich glaube, ich habe es sogar so gedrückt, dass es irgendwie... Naja, ich habe doch kleiner gleich als Epsilon. Genau. Dann haben wir es ja. Da brauchen wir jetzt ein bisschen Vorbereitung. Weil zunächst mal müssen wir irgendwie diese Fourier-Kerne ins Spiel bringen. Das heißt, es sei mal zunächst t aus r. Und dann wenden wir diese Formel 2.8 an. Aus Satz 2.11. Wo wir halt diese Partialsummen mit den Fourier-Kernen zusammengebracht haben. Also mit Formel 2.8. Gilt dann Sigma n von f an der Stelle t. Ist gleich 1 durch 2pi mal so ein Integral. Minus pi bis pi. Fn von t minus s. F von s ds. Und jetzt wollen wir das aber so umschichten, dass wir da lieber fn von u haben. Weil für fn von u haben wir direkt die Resultate bewiesen. Da muss man nicht irgendwie im Kopf shiften. Das heißt, wir führen hier noch eine kleine Substitution durch. Und sagen, s ist gleich t minus u. Beziehungsweise u ist gleich t minus s. Dann steht hier nämlich 1 durch 2pi. An den Grenzen ändert sich halt gar nichts. Soll beide Differential 1 haben. Und dann steht hier einfach fn von u mal f an der Stelle t minus u. Jetzt aber haltet die. So, dem geben wir mal den Namen Sternchen 1. Also es werden noch ein paar Sternchen kommen. Gut. Das ist also jetzt die Darstellung für diese Sigma n. Jetzt geben wir uns ein Epsilon größer 0 vor. Und verwenden dann diese Supremumsaussage aus Satz 2,12. Also es sei Epsilon größer 0. Nach 2,12,5 gibt es dann Eta größer 0. mit der Eigenschaft, dass der Betrag f von t minus f an der Stelle t minus u, dass das kleiner gleich ist als Epsilon für t aus R und Betrag u kleiner als Eta. Das ist Sternchen 2. So, warum ist das der Fall? Das ist der Fall, da unser f in c2pi gleichmäßig stetig ist. So, kurze Korrektur. Ich habe mich gerade quasi ja selber widersprochen. Es ist andersrum argumentiert. Weil das f als Funktion in c2pi gleichmäßig stetig ist, gibt es so ein Eta größer 0, sodass dieses 2 Stern gilt. Das ist einfach Stetigkeit hingeschrieben, nur das Delta heißt Eta. Und jetzt verwenden wir 2,12,5. Und nach dieser Aussage gibt es jetzt ein n0 aus n mit, ja und jetzt müssen wir uns erinnern, was da drin stand. Da stand ja drin, Supremum kleiner gleich irgendwas. Und dieses kleiner gleich irgendwas ist jetzt halt hier das, was interessant ist. Nämlich Supremum, ja, Eta, kleiner gleich Betrag u, kleiner gleich Pi. fn von u. So, und das ist dann, also da das gegen 0 geht, ist es ab irgendeinem Index n0 natürlich kleiner gleich als Epsilon. Das ist einfach Konvergenz. Das ist 3 Sternen. Damit haben wir die Sternchen zusammen. Und jetzt können wir anfangen, die zu vermischen. Hier muss u kleiner gleich stehen. So, was ist jetzt also die Idee hinter diesen beiden Abschätzungen? Das eine kontrolliert sozusagen, machen wir es mal grafisch. Wir haben hier irgendwie die 0 und dann haben wir hier Pi. So. Und dann haben wir irgendwie ein Eta. Und dieses Eta zerlegt uns ja das Intervall 0 bis Pi in zwei Teile. Nämlich einmal den hier vorne und einmal den hier hinten. Die Idee ist jetzt, den ersten Teil hier zu behandeln mit dem Sternchen 2 und den zweiten Teil hier zu behandeln mit dem Sternchen 3. Und zwar ab einem gewissen Index n0. Das ist für die Sternchen-2-Abschätzung ja Gott sei Dank vollkommen egal, weil das ja überhaupt nicht von n abhängt. Gucken wir uns also mal an, wie das jetzt ineinander greift. Also das ist die grobe Idee. Jetzt gucken wir uns an, wie die Details aussehen. So. Mit dem ersten Sternchen, das war die Darstellung über Integral der Fourier-Kerne, folgt nun für groß genuges n. Also folgt für n größer gleich diesem n0, was wir da oben genommen haben. Und jetzt fangen wir mit dem an, was wir haben wollen. Wir fangen an mit f von t minus Sigma n von f an der Stelle t. Das ist dann erstmal nach Definition nichts anderes als Betrag 1 durch 2 Pi. jetzt müssen wir hier irgendwie dieses f von t auslutschen. Und das machen wir folgendermaßen, indem wir das in das Integral mit reinziehen. So. Jetzt muss ich das also irgendwie als Integral schreiben, von minus Pi bis Pi. Naja, was tue ich? Ich schreibe es einfach hier rein. Aber ich integriere ja nach u. Ja, das heißt, hier habe ich nichts verändert. Und dann minus 1 durch 2 Pi mal Integral minus Pi bis Pi. Und das ist jetzt Sternchen 1 einfach. Das ist fn von u. f von t minus u. Nach u. Jetzt kommt ein Trick. Ich weiß das Integral 1 durch 2 Pi mal für je Kern ist 1. Das heißt, ich darf hier ein fn von u ergänzen. Dadurch ändere ich am Integralwert nichts. Nur ich kann das f von t wieder raus tun. Und dann steht da 1 durch 2 Pi Integral fn das 1. Das heißt, ich darf diese beiden Integrale miteinander verheiraten und kann fn von u ausklammern. Das heißt, ich lande bei 1 durch 2 Pi Integral minus Pi bis Pi fn von u mal f von t minus f von t minus u du und davon den Betrag. Der fehlt hier hinten noch. Gut. Das ist der Trick gewesen. dieses fn von u hier reinpahnen. Der Rest ist jetzt sauberes Aufteilen der Integrale. So, wir wollen eine Aussage treffen für das gesamte Intervall 0 bis Pi. So, das heißt äh, minus Pi bis Pi. Entschuldigung. Das heißt, ich nehme das heißt, ich nehme ja, das ist in der Skizze vielleicht tatsächlich noch ein bisschen und ich habe ja hier noch ein minus Pi bis Pi hinten dran. Und das heißt, irgendwo habe ich logischerweise hier auch eine minus Eta. Und das darf ich hier nicht unter den Tisch fallen lassen, sondern das kommt ja hier noch mit dazu. Und hier kommt das noch mit dazu. Ja, weil wir haben ja effektiv da stehen, dass da irgendwas ist Äta kleiner gleich Betrag u kleiner gleich Pi. Und das heißt ja nur, dass das Äta, dass das u irgendwo zwischen minus Pi und minus Äta und Äta und Pi ist. Und dazwischen bleibt halt eine Lücke offen. Und das müssen wir jetzt irgendwie sauber trennen in den Integralen. Das heißt, wir sehen zunächst mal, es bleibt stehen in 1 durch 2 Pi. und jetzt möchte ich dieses Integral von minus Pi bis Pi halt aufbrechen. Und da fangen wir mit dem Integral von minus Äta bis Äta an. Und der Integral bleibt natürlich gleich. Und dann kommt dazu 1 durch 2 Pi, ich trenne das mal wirklich auf, mal das Integral über den Rest und den können wir wie gesagt zusammenschreiben als diese Kurzform hier. was natürlich dahinter steckt, ist, ich nehme das Integral von minus Pi bis minus Äta und addiere das Integral von Äta bis Pi. Und der Integral bleibt natürlich der gleiche. Und jetzt kommt hier um diesen ganzen Kladderadatsch per se noch eine Betragsstriche rum. Wir schieben jetzt hier mal zwei Beweisschritte in einem und wenden mal einmal die Dreiecksungleichung an. dann zieht sich der äußere Betragsstrich hier rein. Beim Fn kann ich eine weglassen, weil der positiv ist, also nicht negativ ist. Und dann habe ich hier den Betrag stehen und hier genauso. So. Das ist ein guter Zwischenschritt. Und jetzt kommen diese Sternchen ins Spiel. Mit heute übrigens vielleicht eine etwas längere Folge, weil dem Beweis möchte ich inhaltlich zusammenhalten. Wir können zunächst mal anfangen, dass das hier kleiner gleich ist als Epsilon nach Sternchen 1. Weil das sagte ja geradeaus, okay, äh, Sternchen 2, Entschuldigung. Weil das Sternchen 2 sagte ja geradeaus, okay, diese Differenz f von t minus f von t minus u ist kleiner gleich Epsilon für t aus r und betrag u kleiner gleich Eta. Betrag u kleiner gleich Eta heißt, u ist zwischen minus Eta und Eta und das ist genau das Intervall, was wir gerade kontrollieren. Ja, das heißt, das ist kleiner gleich Epsilon. Das heißt, hier steht dann Epsilon mal Fn von irgendwas. Das hier ist aber mit Sicherheit dann kleiner gleich, also das ganze Integral ist dann kleiner gleich als wenn ich die Grenzen aufpuste zu minus Pi bis Pi und dann habe ich hier drin Epsilon mal Fn von u stehen. Das ist aber gleich Epsilon, weil das Integral von minus Pi bis Pi über Fn das ist ja gerade 1. Das dürfen wir wieder hier machen, dieses Aufblähen, weil wir wissen, dass Fn ist nicht negativ. Und das heißt, wenn ich das hier jetzt insgesamt ausrechne, Epsilon mal 2 Pi, weil wir ja hier nicht die Normierung haben, wenn ich das also insgesamt ausrechne, steht hier vorne eine 1, respektive mit dem Epsilon-Faktor dann ein Epsilon. Das heißt, das hier ist kleiner gleich als Epsilon. Damit haben wir den ersten Summanden erschlagen. So, und jetzt müssen wir uns halt um den Hinteren kümmern und da machen wir das folgendermaßen, da schreibe ich es jetzt wirklich in mehreren Schritten wieder hin, weil sonst wird es sehr unübersichtlich. Naja, was steht da im Prinzip? Da steht irgendwie ein Integral und da drin steht aber was, das können wir dann im Prinzip im Maximum ja rausziehen. Also indem wir supprimieren, können wir das Fn von u aus dem Integral rauslösen. Einfach den Supremumswert nehmen. Quasi die Standardabschätzung für Integrale nur mit Supremum. Das heißt, das schätzen wir ab durch das Supremum. Eta kleiner gleich Betrag u kleiner gleich Pi. Dann steht hier Fn von u und es bleibt über das Integral über diese kryptische Menge über die Differenz Betrag f von t minus f von t minus u. So. Genau. Und jetzt sind wir aber in der netten Situation, dass wir Sternchen 3 anwenden können. Denn wir argumentieren ja gerade für alle Werte von n größer gleich dem n0 und Sternchen 3 sagt uns gerade dieses Supremum hier, das ist kleiner gleich als Sternchen. Äh, als Epsilon. Mein Gott. Also das hier, das ist kleiner gleich Epsilon nach Sternchen 3. Das heißt, was wir uns noch angucken müssen, das ist das Integral da hinten. Da können wir jetzt auch mal eine Symmetrieeigenschaft ausnutzen. Machen wir uns nach unten hier. Das ist kleiner gleich als Sternchen 3 und Symmetrie. Ja, denn dieses Integral hier, das können wir zersplittern. Indem wir sagen, das ist das gleiche wie na, Epsilon bleibt stehen logischerweise. Hier vorne, das ist kleiner gleich Epsilon mal 1 durch 2 Pi. Ja, was stehen bleiben muss, ist das Integral von minus Pi bis Pi. Wir machen es wieder ein bisschen größer, weil hier auch was nicht Negatives drinsteht. Und dann nutzen wir die Symmetrie aus, weil wir hier T und T minus U aufaddieren. Können wir einfach F von U integrieren. Müssen aber mit einer 2 Gegensteuer. Ne, weil wir einfach die Grenzen verschieben. So. Jetzt können wir dann Epsilon ausklammern. und dann bleibt hier stehen 1 plus und hier hinten bleibt stehen 1 durch Pi mal das Integral von minus Pi bis Pi über Betrag F von U D. So. Das Ding hier existiert, weil wir F in C 2 Pi vorausgesetzt haben. Ja, das heißt Satz von Minimum und Maximum. Das Ding ist eine kompakte Menge. Minus Pi bis Pi und wir haben eine stetige Funktion nimmt ein Maximum an, das heißt das Integral existiert und ist höchstens Maximum mal 2 Pi. Also Länge des Intervalls. Das heißt was hier steht ist eine Konstante. Ja, kleinschrittiger. Das hier existiert da F in C 2 Pi und minus Pi bis Pi Teilmenge R kompakt. Das heißt wir können diesen ganzen Ausdruck hier hinten einfach mal C nennen. Und damit haben wir hier eine Konstante stehen. Heißt aber hier steht im Prinzip nichts anderes als C mal Epsilon. So. Wenn wir es jetzt ganz pedantisch wollen dann definieren wir uns jetzt einen Epsilon Strich das einfach sagt das ist 1 durch C mal Epsilon und dann haben wir da im Prinzip das ganze steht kleiner gleich als Epsilon Strich und dann haben wir das gleiche in grün wie man jeden Konvergenz beweist. Was hier jetzt aber im Prinzip steht das Ding wird für Vorgabe eines beliebigen Epsilons kleiner gleich als konstante mal Epsilon das reicht aber aus. Das heißt somit haben wir das F von T minus Sigma N von FT dass das für N gegen Unendlich gegen Null geht. Das ist aber gerade die Charakterisierung für gleichmäßige Konvergenz und damit folgt die Behauptung. Und damit haben wir das Theorem von Foyer bewiesen. Wie gesagt ist ein bisschen technischer Hickhack man muss sich durch die Integrale wühlen. Memo dabei ist aber halt die Aussage C2P Funktionen werden durch ihre Foyer Summen gleichmäßig approximiert. Das ist die Idee dahinter. Das heißt was wir hier jetzt haben ist wir haben im Prinzip die Konvergenz von Foyer Reihen für stetige Funktionen geklärt. Was wir jetzt als nächstes anstreben ist erstmal das bisschen zu verallgemeinern indem wir sagen wir wollen nur einseitige Grenzwerte zulassen und und da gibt dann auch wieder gewisse Aussagen die wir aber auf diesen Satz zurückführen können das ist das coole das heißt der Rest des Kapitels ist jetzt so ein bisschen wir grasen das Ganze ab und gucken mal was noch so schöne Sachen an der Seite abfallen gut damit bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dann habt eine schöne Zeit macht's gut und tschüss